Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da wollte ich mal Hallo sagen. Er und ich waren in der Mittelschule die allerdicksten Freunde. Wir waren ganz normale Freunde. Du bist so fies! Ryota Kiese. Obwohl er erst im zweiten Jahr mit dem Basketball anfing, wurde er durch seine außergewöhnlichen athletischen Fähigkeiten im Nu zu einem Stammspieler der Taiko. Auch wenn er weniger Erfahrung hat als die anderen vier, ist er ein Around-Talent, das sich permanent verbessert. Erst seit dem zweiten Jahr? Ach, naja. Ich finde ja, der Artikel hat das ein wenig übertrieben dargestellt. Ich bin froh, ein Mitglied der Wunder-Generation zu sein, aber ehrlich gesagt bin ich der Schlechteste von dem Haufen, das muss man leider so sagen. Das ist auch der Grund, warum Kuroko-Chi und ich immer gemobbt wurden. Nö, also mir ist sowas nie passiert. Was? Dann ging's nur mir so? Wofür war das? Ein Tiger! Tut mir leid, dass ich euer Wiedersehen unterbreche. Aber du hast den weiten Weg doch nicht nur für ein paar Begrüßungsfloskeln gemacht. Hast du nicht Lust, ne Runde mit mir zu spielen, Schönling? Was? Na, ich weiß ja nicht recht, ob ich das wirklich tun sollte. Aber wenn ich's mir so überlege... Na gut, dann lass uns loslegen. Ich hab dir für diese Vorstellung zu danken. Einfach unglaublich.